Diese beiden Schwestern hatten alles. Ihr Süßen, euer Vater ist mit dem Kuchen da. Bis zu dem Tag, an dem sie alles verloren. Ist Henry Dashwood zu sprechen? Was? Ruf unseren Anwalt an. Ihrem Mann wird schwerer Betrug vorgeworfen. Was da passiert ist, nennt man Schneeballsystem. Was sollen wir jetzt machen? Marianne und ich werden uns Arbeit suchen. Wirklich? Ja. Dashwood, irgendwo hab ich den Namen schon mal gehört. Es ist viel schwieriger als ich dachte. Jeder, der liest Dashwood Investment, wirft mich sofort wieder raus. Es tut mir leid, dass ich sie herbestellt hab. Sorry. Ein neuer Anfang ist nicht leicht. Ich bin jetzt Betriebstechnikerin in einem Spa in der Main Street. Was ist das genau? Eine Reinigungskraft. Hier siehst du die neue Kopierassistentin einer Marketingfirma. Das ist unglaublich, wie hast du das geschafft? Können Sie Montag anfangen, Miss Webb? Vielleicht fand er, dass ich süß bin. Sich zu verlieben ist noch schwieriger. Ich bin Brandon und Sie sind die neue Kopierhilfe. Ja, ich bin Marianne Webb. Ich wollte heute früher essen gehen. Wollen Sie mitkommen? Oh, oh, oh. Oh mein Gott. Ähm, Edward Ferris. Eleanor Dashwood. Haben Sie schon gegessen? Nein. Wollen Sie mitkommen? Ja, das würde ich gerne. Riskiere etwas. Probieren Sie das. Was ist das? Diese Lotion macht meine Schwester selbst. Ich fühle mich wie vor 20 Jahren. Ich wollte Ihnen was zeigen. Das soll eine Überraschung werden. Das ist ja unglaublich. Vertraue deinem Herzen. Ich war als Kind auf Gartenpartys und Golfturnieren. Aber das hier fühlt sich echter an. Setz ein Zeichen. Ich hab eine Idee. Sie macht irgendwas mit den Menschen. Machst du bitte noch mehr davon? Ich darf einkaufen. Du kaufst nur die Zutaten. Okay. Ich will, dass du etwas aus Eleanors Schrank holst. Lucy, hattest du was damit zu tun? Sie war nicht für mich. Edward wollte sie haben. Edward stiehlt und Brandon serviert dich ab. Wir sind verloren. Nach dem klassischen Roman von Jane Austen. Ich hätte nicht lügen sollen. Ich hatte keine Ahnung, wie egoistisch du bist. Ich musste verstopfte Abflüsse reinigen. Weißt du, wie viel mehr Geld ich verdienen könnte mit einem besseren Job? Manchmal braucht man im Leben und in der Liebe... Ich kenne sie. Ihr Name ändert da gar nichts. Wir werden das durchstehen. ...nur ein bisschen gesunden Menschenverstand. Wem kann ich noch trauen? Vertrauen Sie mir. Demnächst. Wem kann ich noch trauen?